Ne 8 gehts an mir. Hä? Wie haben wir das gemacht? Alter. Hallo Menschen und herzlich willkommen. Euer Sense the Survivor. Wieder hier mit einem wunderbaren, schönen Raid mit Micha. Das ist auch nicht mehr so taufrisch, das Filmchen. Ist jetzt schon ein Jahr alt. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich immer noch sehr sehenswert. Und ja, wir haben 8 Leute erschossen. Sechs davon bewusst. Und dann hat noch jeder irgendwo einen Kill gemacht, von dem wir nicht wussten, wo. Also, vielleicht seht ihr es ja irgendwie im Video. Ich habe es irgendwie nicht gecheckt im Spiel. Und ja, der Run ging auch 30 Minuten. Etwas über 30 Minuten. Ich habe es dann wieder gekürzt aufs Wesentliche sozusagen. Wir sind bei Skapa Lake gespawren. Sind dann über Port Riga in die Segemühle Richtung Fischfarm. Weil dort der Boss gelegt wurde. Und dort sich alle Jäger getroffen haben. Ich hoffe es passt soweit. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst mir gerne ein Abo oder ein Like. Da werde ich mich riesig freuen. Und ja, wir sehen uns bis dahin. Euer Sense the Survivor. Tschüssi. Ey, ich töte mal hier den Fettsack. Ja. Da hat jemand einen Eif getriggert irgendwo. Nein, ich habe daneben geworfen, weil da eine scheiß Made im Wasser war. Oh, ich habe eine Haftbombe. Ja, kannst du nochmal den Club probieren. Ich glaube auf der anderen Seite kommen auch gerade welche. Ja. Ey, der links steppen. Oh, hier draußen. Matze hier. Vorne. Hab ihn. Sehr gut. Und sein Mate ist irgendwo da. Bei der Hütte gewesen. Boah. Ne. Vorbeigeworfen. Aber er steht drauf. Nein, er läuft weiter. Oh, ich habe das scheiß Ding explodiert. Oh, oben am Fenster. Ja. Matze, geht er weg. Hat einen Hit. Sehr gut. Die laufen beide da. Die noch nicht. Mit dem einen habe ich ordentlich einen reingepresst. Nice. Aber leider nicht tot. Ja. Ich gucke mal hier vorne. Ich brauche langsam Munition. Und den, den wir hier gekillt haben. Ist doch irgendwo der Partner noch rumgelaufen. Ah fuck, der hat eine Winfield nur dabei. Scheiße. Hey, jetzt kommen die Maden bis hier hin. Na ja, was ist denn? Ja, scheiße. Oh fuck. Was denn? Der Fettsack. Was? Ich habe ein paar Maden getriggert und der kommt nicht. Ich denke mir so, da kommt er halt nicht. Und dann kommt er auf einmal von einer Richtung. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ach, hier sind zwei von denen. Ach so. Scheiße. Scheiße. Ich habe mal richtig nervig mit den Viechern hier. Ah, scheiße. Von wo? Ähm. Da wo meine Leiche ist. Richtung Gräber. Ich glaube das war der Partner von dem. Oh. Alter. Mist. Ich glaube in die Richtung wo du guckst von da hast du einen Hit gekriegt. Ja. Wie konnten die mich sehen? Ich saß im Gebüsch. Gehlauhe. Ja. Da wo sie sind. Da wo sie sind. Da wo es ist. Schrauben, wenn ihr mich glatt bekommen Lantern sagt. Ja. Ja. Das war das war. Da wo sie blatt. Was haben sie flach? Ja. Das war ja. Bis dann mal. Ich bin ganz nah. Ich saß doch hier! Ne, du warst da rum. Ja hier? Als er dich getroffen hat, ja. Das ist der Typ, der mich erschossen hat. Ja, da hinten war gerade einer. Oh! Hinter mir. Mhm. Man. Na ja, solange wie du nicht brennst. Ja zum Glück. Muss ich nichts übertreiben und kann dich vielleicht nachher noch aufheben. Ja. Ey, die hauen langsam ab. Ja. Guck doch mal mit Schattensicht. Ja, die sind schon raus. Ja. Komm, alter Kämpfer. Die schießen nach vorne schon. Der gerade geschossen hat, das ist wahrscheinlich der Typ, der mich gekillt hat. Aha. Ist Sparks oder was? Ne, Martini Henry. Ah, okay. Ey, ich brauch gerade mal hier ne Munitionbox. Ich hab nur noch 5 Schuss. Oh, hier ist ne Kasse. Ein Hase. Oh, hier vorne. Matze hier. Eine Lady. Eine dunkelhäutige mit einem gelben T-Shirt. Die ist genau jetzt dahinter. Ich muss kurz nachladen. Hab ich. Oh. Hier hinten. Ich glaub bei der weißen Hütte. Da irgendwo. Ja. Unten. Unten, da wo die Leiter ist. Hab ihn. Alter, du hast mir das Kiel geklafen. Und oben. Na holt er den. So Nachtseher mäßig sieht er aus. Hast du nen Hitmarker gekriegt? Ne. Der ist wahrscheinlich hinten raus, genau. Ich hab eigentlich noch schnell geguckt, aber wahrscheinlich zu spät. Sein Partner war das mit dem Bounty. Oh, hier plätschert einer im Wasser. Ja, das bin ich hier vorne. Ich will den Typen duken. Der ist zwischen uns beiden. Matze. Mhm. Ja, der ist direkt hier vor mir. Mist, ich hab ihn grad gesehen. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Sauber. Kannst du hier dann hier das Bounty holen. Mhm. Komm. Dann können wir ja mal looten hier. Ja. Achso, hier war, die hatte glaub ich zwei Handwaffen. Muss ich mal gucken. Ja, die hatte Bornheim. Kannst ja mal hier probieren bei der, mit dem gelben Hemd. Ah, ich hab ja auch selbst zwei Pistolen dabei. Achso. Dann probier ich's mal. Nee. Da packt er mein... Kassen? Nee. Da packt er mein Gewehr weg. Ah, okay. Also zählen die, wenn die auf dem Boden liegen, immer noch als Paar. Mhm. Ey, den find ich irgendwie nicht mehr wieder, den Typen. Wenn den nicht da... Hier mit Headshot da weg geholt hat. Der müsste irgendwo da im Wasser liegen. Ja. Welchen findest du nicht mehr wieder? Da, wo ich markiert hab. Achso. Ach hier vorne. Ja. Hier liegen die Waffen, hab ich gesehen. Ach hier. Hier ist er. Spielen wir eigentlich du's oder sind das Trios? Ich glaub du's. Ist der Haken raus? Ich hab den Haken eigentlich immer standardmäßig an. Mhm. Hier. Hier irgendwo war's. Ach. Hier sind die Waffen, ja. Eieiei. Ja, ich hab meine Karte hingelegt. Ich brauchte seine Munition. Achso. Und nen schönen Uppercut. Also dreckig, aber... Ja. Ja, dann war's das ja hier, oder? Ja. Auf alles der Ausgang. Fort Rika da hinten. Oh ja. Geil. Wieder zurück. Ja. Oh. Na, geht gerade so. Wir springen jetzt noch den einen Fetzer gegen die Luft. Ja, machen weg. Oh, hier drüben ist noch ne Verlobensbox. Kann auch einer mal nehmen. Jo. Tja. Er ist kurz in die Knie gegangen. Haha. Scheiße. Ich hab sie klar vorgekriegt. Nein. Komm, lass den. Da bringt kein Klick. Hahaha. Da hat ja nicht mehr viel gefehlt. Da muss doch noch so ein Fertzack sein. Ja. Hier vorne. Ach, da hinten. Mann, Mistmater. Ey, hier ist auch noch ne Kasse drin. Und hier ist noch Munition. Oh, sehr gut. Ja. Da hat einiges vertragen. Was? Ja, das waren ja mehrere. Ach so. Aber jeder zweitens. Aber jeder zweitens. Da ist auch mal. Der drehtsack. Ja. Da ist auch nicht. Ach so. Das er so gut wird hätte ich nicht gedacht jetzt noch daran. Ja vor allem auch der Wander vorher, da hast du auch 3 Kills gemacht. Ja das stimmt. Aber auch so dass wir noch die Boundys kriegen, das hätte ich jetzt nicht gedacht du. Ne. Ich habe gedacht jetzt nur noch das eine Duo da, das weg machen und die anderen rennen weiter weg. Oh hier ist mein Doktor. Ey, mich hat der noch erschossen alter. Am Ausgang. Da sind noch zwei. Scheiße. Oh ich habe vorher mal geguckt aber da nicht, jetzt bin ich, dachte jetzt sind wir wirklich allein. Aber jetzt liegt es an dir Micha, jetzt kannst du deine Kills holen. Da. Sehr schön. Na der wirft gerade, du hast ja keine Zeit. Alter. Ist aber schon ziemlich nah. Ja. Hit hinter dem Ding. Okay warte ich muss mich heilen. Halt durch, halt durch, halt durch. Nicht dass du seinen Partner da jetzt ritzt. Ne, das kriegt er nicht. Immer noch hinter dem Wagen. Okay. Hab nen Hit. Mann. Sehr gut. Sehr gut. Alter sehr schön. Boah ey die scheiß Label. Ich war mit Lachland beschäftigt Alter. Ich hatte eben bloß noch drei Schuss drin. Schön. Na siehst du hast auch noch deine Kills gemacht. Ja. Ja. Nice. Sehr gute Aktion. Das hat gepasst. Ist der andere Spinner? Ja. Oh, eine Drohne. Eine Chaosbombe. Was brauche ich damit? Haben die Säcke hier uns abgepasst, Junge? Ja. Na jetzt ist aber keiner mehr da. Mhm. Alter. Von hier haben wir zwei Revolver in drei Hits. Oh. Auf die Distanz vertragen die einiges. Ne. Ne. 8 Kills an mir. Hä? Wie haben wir das gemacht? Alter. Also ich kann mich glaube nur daran erinnern, dass ich vier erschossen hab. Ja. Hab ich auch gedacht. Du vier. Ich zwei. Ja. Jetzt muss ich noch gucken. Ich hab fünf erschossen. Okay. Vielleicht hab ich den am Fenster da oben, da man so rumgetanzt ist, dann doch noch einen schönen Headshot verpasst. Krass. Ich hab drei Leute gekillt. Ja. Wo das? Ja. Irgendwie hab ich meinen Kill nicht mitgekriegt von mir. Ja. Und ich hab mein erstes Kill auch nicht mitgekriegt. Das ist doch gar nicht. Wir müssen doch wissen, was wir in die Pracht haben. Oh man. Geil. Auer 8 ist okay. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020